Musik 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 Ja, und Snackless Kugel Nummer 9 Auch bei Smith Toys geholt, vor Ort. Also ich muss sagen, Mannheim hat noch welche zur Zeit. Auf jeden Fall haben ich mir halt zwei Stücke gegönnt. Zwei Stücke mitgenommen. Mal gucken, was da noch drin ist. Ach, ich liebe es. Ich packe wieder Unfachmensch, Fachmensch auf. Ah, ja. Mal gucken, was da jetzt drin steckt. Na, komm. Rot ausmachen. Juhu. Ja, wie gesagt, das wird jetzt die letzte erstmal sein. Es gibt noch Mini-Verses demnächst zwischendurch als Videos. Wie gesagt, meine Co-host wird sich jetzt auch ein bisschen mit einmischen mit den Videos. Des Weiteren, wie gesagt, werden zwischendurch Trips-Trill-Videos einfließen noch und auch Juhu zu Lehrgänge starten demnächst wieder. Ja, dann wollen wir mal gucken, was in dieser erstmal letzten Kugel drin ist. Oh, ich sehe was Rosanes. Oh, ich sehe ein blaues Ohr. Na, heute haben wir kein Glück, denn es ist wieder der Chuba-Chubes-Hase. Jetzt haben wir uns zweimal. Ja, vielleicht verlose ich den auch noch. Mal schauen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, auf Instagram und hier auf YouTube. Und wie gesagt, die Gewinnspiele, wenn ich welche rein stelle, laufen auf unserem Instagram-Account. Und die Videos, wie gesagt, in verschiedenen Kategorien werden jetzt wieder öfters kommen. Und ich werde euch auch weiterhin mit den Freizeitparks versorgen. Ja, wie gesagt, denkt ans Abonnieren, denkt an die Glocke und lasst das Däumchen da. Bis dann, eure Suse.